Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast-Challenge, weil ihr das wolltet. Nämlich, wir machen Spin the Wheel oder Glücksrad-Challenge, je nachdem, wie man es halt nennen möchte. Und, ich muss euch das jetzt einmal zeigen, ich habe nämlich ein paar Wheels vorbereitet hier. Und, ähm, ja, es werden ein paar Fragen gestellt, die wir hier ausrandomisen müssen. Und wir folgen natürlich mit dem Wichtigsten, nämlich CC oder KNCC. Und, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich darf nur Maxismatch CC benutzen. Das ist interessant, auf jeden Fall. Weil ich ja meistens eher anderes nutze. Also, ich darf natürlich auch immer vom Spiel selber nutzen und so. Aber vor allem, wenn ich CC nutze, nur Maxismatch, das ist gut zu wissen. Dann gehen wir zum nächsten rüber. Nämlich, okkult oder eher nicht so. Ja, machen wir einen okkulten Sim oder nicht. Ähm, eine Meerjungfrau soll es also sein. Gut, dann müssen wir erstmal das Geschlecht wissen, bevor wir anfangen können zu erstellen. Es wird eine Frau. Das ist gut, weil das, glaube ich, für mich ein bisschen einfacher ist insgesamt. Da ist die Meerjungfrau. Das ist aber ein Mann, leider. Der kommt hier weg. Ich habe Alien vergessen gehabt, hinzuzufügen, ne? Aber wir machen jetzt erstmal eine Frau. Weil wir sollen eine Frau sein. So, und dann machen wir die erstmal, äh, nackig. Das ist sehr, sehr wichtig hier. Ich habe jetzt... Oh, ich muss da auf jeden Fall noch eine Sache als Wheel erstellen. Das habe ich nämlich vergessen. Nämlich den Bodytype. Und das ist wichtig. Das muss ich vielleicht doch erstellen hier. So, ich habe den Bodytype erstellt. Das, ähm, war jetzt wichtig. Wir fangen nämlich am besten einfach mal damit an. Was kriegen wir dann hier so? Schmal. Na gut, dann gucken wir mal. Dann muss ich das erstmal hier runter. Schmal würde ich halt eher sehr, sehr schmal machen. Und ich würde sogar ein bisschen weniger davon nehmen. Aber, ähm, ja, an sich denke ich, passt das schon fast. Könnte man vielleicht noch ein bisschen so machen. Irgendwie ist der Kopf jetzt so ein bisschen groß. Sie sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht machen wir sie noch ein bisschen. So ein bisschen eben wie ihr. Na gut. Hm. Alles klar. Dann geht es jetzt weiter mit dem Skintone. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und, ähm, wir nehmen einen sehr hellen. Nein, sogar nur einen hellen. Also nicht sehr hell, aber hell. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ich muss ihr Gesicht ändern. Das sieht alles nicht so aus, wie ich es möchte. Ja, wir lassen es erstmal dabei so. Das finde ich eigentlich ganz okay. Ähm, der Skintone. Dann wäre ich erstmal dabei, würde ich sagen. Weil es ist... Oder wir nehmen noch einen... Wir nehmen so. Ich glaube, so ist ungefähr so die Definition von hell. Weil ich glaube, das andere würde schon zu sehr hell gehören. Ich bin ganz froh, dass wir nicht den abgefahrenen Skintone bekommen haben. Weil ich hätte keine Lust gehabt, einen hellblauen Sim zu erstellen. Skin Details. Da habe ich gesagt, das bin ich zweimal. Weil ich habe natürlich sehr, sehr viele Skin Details. Und, äh, man hat ja auch mehrere Bereiche. Deswegen gucken wir mal, was wir kriegen. Wir bekommen... Nose Conchuring. Na gut. Und... Sonstige Gesichtshighlights. Hm. Gut, dann muss ich erstmal gucken, was ich da so habe. So, das ist ihr Nose Conchuring. Sie kriegt immer, wenn ich irgendwas anklicke, Haare. Und das regt mich so auf. Jetzt ist halt die Frage, ne? Was habe ich denn so, was halt kein Skin direkt ist? Oh, Heyhu. Die Sachen von Heyhu vielleicht? Zählen die? Ist die Frage. Weil ich glaube, ich hatte da irgendwas, was halt einfach nur so ein bisschen blushy war. Aber das ist das nicht. Hör auf, ihr Haare zu geben. Das hier müsste ja eigentlich auch unter Sonstiges zählen. Weil es ist ja nicht richtig ein Skin. Das würde ich eher unter Sonstiges zählen. Aber dann macht das einen Unterschied, wenn ich das mache. Ja, es ist halt ein bisschen stärker. So würde man halt kaum was erkennen. Dann würde ich einfach das hier nehmen. Weil ich finde gerade nichts, wo ich sagen würde, das ist es. Deswegen akzeptieren wir das einfach mal so. Dann die Haare. Was kriegt sie für Haare? Sie kriegt mittellange Haare. Das ist für mich so schulterlang ungefähr. Und welche Farbe? Das wäre ja auch wichtig. Blond. Uh. Okay, ich darf nur Maxis Match Sachen benutzen. Daran muss ich jetzt denken. Wie wäre es damit? Das sieht cool aus. Also ich finde, ich weiß nicht, was ich zu ihrer Augenfarbe sagen soll. Ich finde Blau schon schön. Oh nein, das sind gruselige Augen. Nehmen wir die. Die finde ich schöner. Dann geht es jetzt weiter zum Style. Weil, das ist auch sehr, sehr wichtig, sie wird etwas altbackener. Das wird interessant. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gekleidet. Aber mal gucken, was ich so besitze. Was vielleicht ein bisschen altbackener ist. Wie wäre es mit so einem Oberteil? Aber Moment, ich habe noch gar nicht. Ich habe mir fehlt noch ein Dings. Weil es ist auch wichtig, kriegt sie Ganzkörper oder was anderes. Rock und Oberteil. Na gut. Mal gucken, ob ich dazu einen Rock finde, der ein bisschen altbackener ist. Also das würde halt gehen, tatsächlich. Ich finde das sogar, es hat irgendwas. Also es sieht halt sehr alt aus dadurch. Aber irgendwie hat es was. Und dann einfach solche Schuhe dazu erstmal. Ja, weil ich glaube, was Besseres finde ich gerade nicht. Es kommt darauf an, was wir jetzt noch dazu kriegen. Denn das nächste Wheel müsste sein zusätzliches. Da spinnen wir auch zweimal. Ja. Wir kriegen Brille. Okay. Brille und Sockenstrümpfe. Dann können wir diese Schuhe doch nicht nehmen. Weil, nee. Einfach nur nein. Ich finde die Brille sehr, sehr schön. Ich nutze die. Wenn ich Brillen gebe, dann immer so welche. Aber keine Ahnung, ich finde die einfach so, so süß. Deswegen werde ich sie jetzt auch nutzen. Ja, dann muss ich irgendwie noch andere Schuhe finden. Aber ich muss jetzt erstmal ihr Socken oder Strümpfe geben. Wie wäre es, wenn sie einfach so weiße Söckchen kriegt? Und dann einfach irgendeinen Schuh dazu? Okay, es sieht sehr bescheuert aus. Aber ich glaube, ich finde nichts Besseres. Es ist bescheuert, okay? Es ist einfach nur bescheuert. Es geht aber jetzt natürlich noch ans Make-up. Und, ähm. Ja. Was kriegen wir? Nur Augen. Das hätte ich aber auch eher erwartet, ehrlich gesagt. Ich glaube, ihr passt dann nicht sowas. Wo man halt jetzt so krass heftig massachen würde. Deswegen, ähm. Also Augen und Eyeliner halt, ne? Also hier von den Kategorien her. Weil es geht ja um nur das, was man in den Augen schminkt. Aber ich würde ihr auch nicht so viel geben. Weil sie zieht sich ja etwas altbackener an. Und dann wäre das irgendwie komisch, glaube ich. Wie wäre es denn mit sowas? Und dann vielleicht noch so ein kleiner Eyeliner. Naja, dann lassen wir das einfach mal so. Oh, ich will, dass sie da auch diese Haare hat. Einfach. Ich glaube, das waren ihre Haare. Ich finde ihre Schwanzflosse cool, aber ich will sie in Regenbogen. Weil, einfach weil. Obwohl, nee, sie hat sie grün eben, ne? Können wir auch so einen Grünton nehmen. So, weil sie hatte das ja so einen Grünton halt als Oberteil. Das kann sie auch einfach hier tragen. Nein. Oh mein Gott, warum geht das? Dann nimmt sie einfach das hier. Ich glaube, das ist der, der dazugehört, oder? Ähm, also das Farbliche. Weil, ich bin immer verwirrt. Weil das irgendwie dann doch nicht so das ist, was das ganz so genau matcht. Aber, ich glaube, das ist das. Deswegen akzeptieren wir das einfach. Ähm, wir müssen ihr natürlich. Ähm, ich würde sie jetzt wieder in ihre normale Kleidung verstecken. Ich würde ihr gerne einen Namen geben. Ähm, Karolina ist ein schöner Name. Das ist ein komischer Name. Ähm, Hoff. Okay. Das ist sie anscheinend. Ja. Also, ich denke, ich habe das, was ich gerandomized habe, ganz gut irgendwie hergestellt. Hergestellt? Oh mein Gott. Aber, ähm, ja. Also, ich bin trotzdem nicht so zufrieden, weil ich einfach nicht das bekommen habe, was ich hätte bekommen wollen. Naja. Sie ist was anderes auf jeden Fall. Definitiv. Also, da kann keiner hier was gegen sagen. Naja. Wir sehen uns das nächste Mal. Sagt mir, wie sie, wie, wie, wie ihr sie findet. Das ist, was ich sagen wollte. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.